Ah, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Ah gut, ha 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 ha! Nein! Servus! Contenance! Reiß dir mal ein bisschen, Sam. Ah, das ist jetzt ein richtiger Flashback damals mit Minecraft, wo wir jetzt 20 Minuten gebraucht haben, um die Folge überhaupt zu starten. Ja, aber wer hat meistens am längsten gebraucht? Tut mir leid. Weil er sich nicht eingekriegt hat vor lauter Lachen? Ja, okay. Das war so klar. Also ich habe festplatten Platz. Ich kann laufen lassen. Ja, ich auch. Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Golf It mit der lieben Little Miss Lia. Hi! Heute auf einer Japan-Map und das kommt mir sehr gelegen. Ich war letztens erst in Japan, beziehungsweise wenn ihr die Folgen seht, kann es schon auch mehr Monate her sein. Wer weiß das schon so genau. Weil wir sind ein bisschen immer noch im Vorproduzieren, beziehungsweise wir hatten einfach Bock, was zusammen aufzunehmen. Beziehungsweise Lia hat mich ein bisschen dazu gepusht, weil bei mir kam jetzt in letzter Zeit nicht so viel, beziehungsweise wenn die Folge kommt vielleicht schon, wer weiß es so nicht mehr auch nochmal. Egal. Aber auf jeden Fall jetzt hier eine Japan-Map und los geht's. Schön! 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 Japan war sehr schön, ja. Danke der Nachfrage. Ja, bitte. Oh. Das ist nicht die Strecke. Wo ist die dann? Hä? Ah, okay. Alles klar. Ach du Scheiße. Aber gerade so über die obere Kante gerollt. Bei mir kann es noch zwei Stunden dauern, bis ich unten angekommen bin. Okay. Bin da. Okay. Und dann musst du nach oben schießen. Ja. Aber nicht so weit nach oben. Mhm. So. Mit rein! Ich bin zumindest oben in der Rille. Ich auch. Also war ich auch schon. Nein! Das ist mir auch passiert. So. Sechs. Ich glaube ich auch. Ich glaube bei dir waren es wenige, oder? Ne, ich glaube es waren sechs. Wo geht's hier hin? Okay. Okay. Pfff. Lachen. Ich mach's besser. Pfff. 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 Ich glaube man kann sogar wenn man volle Pulle macht. Warte mal. Um die Kurve. Pfff. Wo fliegst denn du hin? Wein, wein. Oh ja. Volle Pulle ist auf jeden Fall eine Idee. Ich war bei der roten Beete gerade. Hat Spaß gemacht. Plop, plop, plop. Das war, das war, das war zu, oh. Aber ich bin an die Kante gekommen. Pfff. Hallo. Da hinten ist das Ziel, alles klar. Ach guck mal, so funktioniert's. Hast du gesehen? Ja, hat's funktioniert? Nur so als Frage? Nein. Pfff. Pfff. Oh Mann, wie funktioniert das denn hier? Einfach so. Sechs Schläge. Bleib doch mal stehen. Oh. Plup, 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 plup. Man kann das über Bande spielen, aber das ist halt ein bisschen... So, jetzt stehen bleiben. Jetzt bleib stehen. Pfff. So, nun? Ja, jetzt eigentlich drauf ballern. Hätte... 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 Hätte klappen können. Das war's vielleicht. Bleibt er da jetzt liegen? Oh... Pum! Vor allem wie's vorne an die Holzkante so... Plop, plop! Hätte... 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 Und ich sitz, steh, liege total scheiße. Schitz? Schitz? Ich muss einen Schlag opfern, um ein bisschen nach vorne zu kommen. Okay, ich hab mal nach oben geguckt, es geht nach links weg. Wie nach links weg? Ähm, irgendwo hier lang. Oh, fast. Noch ein bisschen weiter links. Ach so, verstehe. Ja, ich war ja nicht schlecht hier. Oh, Mann. Was hat man davon, wenn man vorher guckt? Man denkt das Spiel immer gleich, man cheatet und dann wird man bestraft. Das Spiel denkt man cheatet. Ich komm da nicht rüber in meiner Position, du liegst besser. Also ich bin drauf. Aaaaaaah! Krümelmonster am Start, oder was? Oh, ich krieg die Krise! Klok. Driehn. Sieben. Hab ich gehört. Aaaaaaah! Sag dir doch links! Ja! Ja! Hier! Ach so, du liegst scheiße. Ja! Ja! Oder es so draufballern, dass es vom Baum da oben abprallt und dann... Ja, vom Baum, nicht vom Ende der Map. Ja, wer weiß! Das sieht nicht aus! Das sieht schlecht aus! Ein Schlag noch? Den hast du auf jeden Fall noch sinnvoll genutzt, den letzten. Oder? Man, die erste Strecke, das hat so gut angefangen und dann verkackt, ey! Ja! Okay, ja! Mhm! Ich bin fast im Ziel! Aber du bist im Wasser! Ich sag ja auch nur fast! Oh, diese Brücken und diese Teiche! Ja, wenn man sich Zeit dafür nimmt, klappt es schon! Aber man will halt auch versuchen, das möglichst in einem Hole in One oder sowas zu schaffen. Was ist das für ein Bug? Wasserrutsche! Woho! Ich dachte schon, was ist das für ein Bug? Woho! Oh, ich komme da nicht hoch! Ein bisschen zu weit gerollt. Oh, was ist denn das? Ich komme nicht mal in den Brunnen! Hä? Der ist doch easy! Vor allem von hier aus! Der kickt sich hin! Das läuft die ganze Zeit so! Vielleicht musst du ein bisschen meditieren! Meine innere Mitte finden! Mhm! Ja, siehste? Das war mein letzter Schlag! Damit schaffst du es nicht ins Ziel! Du musst noch einmal nach links weg! Super! Aber hey, ich kann mir jetzt die Schrecke noch anschauen! Ja, ein Großteil! So! Ende! Da drüben ist das Ziel! Ja, aber ich bin Ende! Du bist Ende! Guck mal, das Bötchen da! Da versuche ich jetzt rein zu hüpfen! Gönn dir! Ne, mach ich nicht! Okay! Oh, links oder rechts? Das weiß ich nicht! Ich hing jetzt gerade so dazwischen, dass ich nirgendwo hinkam! Links wäre das Ziel, aber rechts ist... Ist Wasser! ...eigenlich... Eben, das könnte einen direkt zum Ziel führen! Okay, hier ist ein Wassertopf! ...der einen mega weit vom Ziel irgendwo platziert! Toll! Echt jetzt, dein Ernst? Was? Das ist alles runtergefallen! Ja! Und schon wieder! Ich bin drüber geflogen! Das wäre, als wäre es so einfach! Ich bin drüber! So, bin auch hier! Dafür loch ich jetzt mein erstes Mal ein, wahrscheinlich! Ist nicht so einfach, wie es aussieht! Ha, wir drinnen! Neun! Dann kann ich ja noch ein bisschen probieren! Was sind das für riesen Möhrenkürbse? Schön machst du das! Ich bin stolter! Hm! Hm! Ich hab ja noch drei Schläge bis neun! Ne, noch einen! Scheiße, du siehst es ja! Ja klar, ich seh das ja! Ja, da war ich auch zwei, drei Mal! Ja, den Tempel wollte ich mir auch mal von innen ansehen! Ach so! Was machst du denn? Hallo, lass mich halt auch mal zwölf Schläge haben! Mit dem Gefühl! Oh! Ich will nur, dass du mal siehst, wie ich immer leiden muss! Ach so, mit... Wenn es bei dir nicht so läuft! Oh! Oh! Das sind wir eigentlich nicht ganz so fest wie du! Oh, cool! Oh, und dann... Wir müssen über zwei Brücken, glaube ich! Was ist das? Die werden bei dir vorbeiziehen! Was ist das? Das wird da mittendrin stehen, dachte ich erst noch! Ich bin vor allem einfach an dir vorbeigezogen! Und jetzt hole in one! Von hier aus! Cool, dass er durchrollt! Ah, fast! Pfff, ich lieg komplett schlecht! Fünf! Ah! Ja, der ist bei mir an der Kiste schön vorbei! Könntest du schaffen, über Bande! Genau! War ja! Seh, ja! Ja! Ja, ja! Ja, ja! Okay, und nun, nun... Okay... Ah, guck mal, mit Strömung. Uh, ich bin drauf. Was war das? Ich lieg komplett scheiße fürs nächste Mal. Hui. Ach, da rüber. Ja, nach links halt, ne. Obwohl, ne. Ah, gut. Okay. Alles klar. Hallo. Oh, jetzt aber gegen die Strömung, ne. Nei. Nein. Also die Strömung, die treibt einen auch direkt wieder dahin zurück. Ich dachte, vielleicht spült mich das einfach hoch und das passt trotzdem. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ah, gut. Nein. Sechs. Ja, genau. Was denn? So sag ich auch. Nein. Das gibt's doch nicht. Oh, scheiße. Genau. Das war das zweite Mal in Folge. Oh. Ja, ich wäre ja fast hinten noch runtergerollt. Er ist genau vor der Kante stehen geblieben. Das wäre es doch gewesen, wenn hier's noch rausgetitscht wäre. Und dann wieder runter ins Wasser. Ja. Genau. Äh, wohin? Das ist nicht verkehrt. Muss ich jetzt in die Schale? Ich glaube, drüber weg, oder? Das blöde Seil. Oh Manni, wieso warte ich nicht? Das weiß niemand. Du wartest doch auch nicht. Ich hab gewartet, doch. Bin auch drüben. Ich bin jetzt da drunter. Und hier kann man ja auch rein, rausschießen. Bin auch drüben. Oh süß, so ein kleiner Kirschbaum. Bonsai. Ja, klar, genau. Oh, ich treffe das kleinste Loch hier. Ja, wenigstens der Blick direkt auf das Ziel. Ist schon mal gut. Plopp. Neun. Das ist das zweite Mal passiert. Ja, dann mach doch ein bisschen gemütlicher. Hab ich. Zwölf. Wenigstens keine 14. Stimmt wohl. Und nun? Da hoch? BAM! Das war wohl falsch. Was in der Hölle tust du da? Ich tast mich ran. Ich merke schon. Geht's überhaupt lang? Lang. Lang. Was macht der denn? Ich lieg jetzt in so ner richtig dummen Ecke. Ja, hier geht's lang. Okay. Oh Mann, wenn ich will nicht zu feste, dann ist der weg. Und wenn ich zu leicht, ist der auch nicht da, wo er hin soll. Egal, was ich mache, ist alles falsch. Oh. Ja, okay, jetzt falle ich nicht mehr. Was muss man hier machen? Was muss man hier machen? Gegen das Ziel oder was? Aber nicht so. Was? Ich war doch drin. Hä? Was muss man denn? Man muss durch den Krug, also da ist so, das Gittermuster, das ist unser Ziel. Das schaffe ich aus der Position gar nicht. Jetzt mit den Schlägen sowieso nicht mehr. Nö, das ist auch richtig. Könnte ihn ja auch einfach... Oh. Wobei der echt nicht schlecht war. Ja, der war echt nicht schlecht, aber halt ein bisschen zu weit. Weg. Was haben wir eigentlich für ein Loch, hier steht gar keine Zahlen mehr, ne? Nee. Wir müssen beim nächsten Ziel ein bisschen drauf schauen. Hallo. Nein, 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 nein. Uff, 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 uff. Das war knapp. Ja, aber ich bin mit einem Schlag schon hier drüben. Was hier echt nicht schlecht ist. Das ist richtig. Jetzt muss ich über den ganzen Scheiß vorbei hier. Zehn. Was, zehn? Loch Zehn ist das. Achso, ich dachte schon zehn Schläge. Nein. Vier. Drei. Jaja, weil du halt drüber gekommen bist. Mhm. Weil ich halt manchmal ein bisschen abwarte, was deine Kugel macht. Scheiße macht die, siehst du das? Zu fest, zu leicht. Zu fest leicht? Zu fest. Okay, der war auch zu leicht. Ist wieder zu fest. Ich krieg die Krise. Scheißspiel. Ohne Scheiß. Was geht ab? Das macht dich aggressiv. Ich guck mal, wo das Ziel ist. Die ist nämlich von hier aus nicht. Ich hab schon sechs Schläge und bin immer noch am Anfang. Also. Bisschen wir da hin? Wo waren wir gerade bei zehn? Rechts. War es rechts? Da ist die zehn. Boah, ich hab's rüber geschafft. Ich raste aus. Die elf nicht. Die sind irgendwo da oben. Ähm. Also ich hab, äh, bin gleich Ende, ne? Ja. Ich hab bald keine Zeit mehr, aber ich find das Ziel nicht. Ich hab keine Schläge mehr. Ich hab nur noch zwei Schläge. Ja, ich werd meine Schläge auch verbrauchen, wenn ich nicht weiß, wo das Ziel ist, wo ich überhaupt hinschlagen muss. Ich komm ja nicht mehr rüber. Einen Schlag noch. Yeah, jetzt haben wir's geschafft. Super. Vielleicht muss ich auch einfach den Gong betätigen. Kann natürlich auch sein. Oh, das war natürlich gut. Ja. Toll. Ich bin ja nicht mehr rüber gekommen. Oh, ich dachte, der geht auf die Bande. Du merkst. Ich soll das jetzt auch passiert. Er muss zwei mal drüber geben. PFFFFFF. oahhhhhh Was geht denn bei dir? Der war echt lustig. Okay. Ich roll zurück. Hübsch. Aber nicht zu mir zurück. Nee, nee. Es wär aber lustiger. Ich hab 10 Schläge. Ich nicht. Du musst mit Gefühl. Hatte ich gerade eben schon, aber war halt zu langsam. Ja, da ist das Gefühl. Zu spät. Ja, du musst vor allem... Mir die ganze Map anschauen. Du hättest es doch schaffen können. Nee, doch nicht. Du hast nur noch einen Schlag gehabt. Hm. Das ist falsch. Nee, das ist richtig. Kommt man da rüber? Okay. Wieso bist du schon da? Ich bin doch gar nicht da. Hin runter gefallen. Wasser. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Das gibt's nicht. Die Schläge, die ich für den normalen Weg brauche, verballe ich hier von komplett. Hätte ich mir ja auch sparen können. Ach, da ist ja... Das ist gar keine Bande. Au, Mann. Naja, das ist, denkt man, die Kurve, ne? Puh, schön. Zehn. Der Jade Garden ist wohl nicht so deine Welt, wa? Ich glaub, Minigolf ist nicht so meine Welt. Ja gut, solche Minigolfstrecken ist glaub ich in der Realität nicht. Also für alle, die glauben, ich mach das hier mit Absicht, ihr habt natürlich recht. Du wolltest mich auch mal gewinnen lassen. Richtig. So hätt ich's nämlich eigentlich gemacht. Ja, das hat keinen Applaus verdient. Creaseback, doch du bist reingekommen. irgendwie. Es war schlecht genug. Oh. Hübsches Gras. Ja, immer so knapp, ey. 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 Oh. Warte auf mich. Kommst du mir nach, oder? Ja, wenn du wartest. No. Pff. Wie viele Ecken müssen wir eigentlich? Kann ich nicht direkt nach oben? Ja. Jetzt geht's runter. Oder auch nicht. Ich muss erst noch hoch. Ja. Sieben. Äh. Auch. Aber knapp. Aber knapp. Aber auch. Aber knapp. Okay. Das ist es nicht. Dem Spiel sein Ernst. Was war das da oben, Mann? ist es nicht. Ah. 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 Ich würde auch gern mehr überspringen, aber... hier ist immer irgendwas. Das war knapp. Das war die Schräglige. Das war knapp. Das ist ja schräglich. Schräglich. Hä? Wo ist jetzt das Ziel? Nicht da, wo ich bin. Trin. Sieben. Ich hab das Spiel wahrscheinlich gar nicht mehr von den Schlägen her, weil... Oh. Oh. Der ist so auf die gar keinen Fall, du. Zu fest. Ah, der ging noch. Okay. Ähm. Da vorne kommt ja dieses Graue und danach noch mal eine Rampe und dann geht's die Treppe links runter. Also. Musste nur dahintreffen. Meinst du so? Zu fest. Oh. Okay. Das war ja schon mal easy. Okay. Meinst du, wir müssen den Gong treffen? Nee, da ist die Fahne links. Oh. Man, das kann ich nicht mal cheaten hier. Ja. Nicht blöd leg. Jo, bei mir war's auch knapp. Aber ich lege auf der falschen Seite. Ja, da war ich aber auch. Uäh. Ah. Hm. Ich dachte mir halt erst, das ist egal auf welcher Seite. Achso, jetzt lege ich ja hier. Äh. Uuuuh. Die Rampe ist echt scheiße. Die ist voll steil. Hack hier. Ja, mega schlecht. Ich komme wahrscheinlich wieder nicht hoch. Trin. Jawoll. Man hätte auch von der Rampe aus direkt hier so drüber spielen können über die Blöden. Ah, quitschi quatschi. Achso, okay, alles klar. Ach du Scheiße. Was? Weil ich guck erstmal mit V. Okay. Naja, fast. Und dann die ganze Treppe hoch. Oder wie? Ja, ja, die muss ja komplett hoch. Muss schon ein bisschen fester machen, aber nicht zu fester. So. Wir müssen aber bis zu diesem Tempel hoch. Ich komme ja nicht mal hier hoch. Siehste. Oh. Oh Mann. Spielst du überhaupt? Und was machst du da? Ich habe erstmal noch geguckt. Hä? Wie hast du das denn jetzt gemacht? Hä? Wie hast du das denn jetzt gemacht? Hä? Na ja. Kann man mal machen. Ich habe daneben. Oh. Oh, das war zu leicht. Ich habe jetzt schon sieben Schläge. Hä? Ach, das wäre zu leicht. Mann. Ich mache das Feste und das Spiel sagt Nö. Mega feste Muster ja nicht. Muss der nur auf die andere Treppe kommen. Auf die ganz ganz hohe. Jaja, ich weiß. Ja. Okay. Huiiii. Oh Gott, alter. Wie hoch denn noch? Und wieder runter. Das wärs. Boah, ich habe nur noch einen Schlag, ne? Ha! Ah! 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 Fuck! Ah! Ich habe gerade meine Kopfhörer kurz abgesetzt und das war. Gut. Ich könnte dich auch mal ein bisschen leiser drehen, glaube ich. Ähm. Ah! Weißt du überhaupt, dass du da hin musst? Ich habe einfach geschossen. Oh! Ah, das war nicht die... Oh! Das war nicht das Loch. Wo müssen wir überhaupt hin? Weiß ich nicht. Runter nicht, weil das war die 17. Wir sind am 18. Loch anscheinend. Mann! Immer zu feste! Oh! Hä? Okay, drüben. Hä? Und abgestürzt. Weißt du, wo das Ziel ist? Nö. Schieß einfach. Über uns. Aber wie kommen wir da hin? Nein. Müssen wir vielleicht in irgend so einen Feuertopf rein? Ne, da bin ich schon unten gelandet. Das hat nicht funktioniert. Hä? Wie kommt man dann da hoch? Mein Ball rotiert die ganze Zeit, dass ich nicht schießen kann wegen dieser Bewegung. Weil er die ganze Zeit auf dieser Hogwarts-Treppe hier ist und halt keine Sekunde ruhig ist. Ich will aber auch nicht resetten, dann bin ich ja wieder am Anfang. Ja, aber besser als die Zeit verstreichen zu lassen. Stimmt auch wieder. Na gut, na. Wie kommen wir da nach oben? Das verstehe ich ja mal gar nicht. Hä? Hier unten ist ja auch nichts, oder? Kein Plan, du. Ich bin gleich bei 12 Schlägen. Ich hab ja schon 10. Achso, ich bin schon Ende. Okay. Ah, die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Ich weiß gar nicht, wie wir da... Hä? Alter! Okay, ich hab ne Deutschlandflagge unlockt. Ich hab nen goldenen Pup. Goldpup. Unlockt. Einen goldenen was? Einen goldenen Pup. Also ein Kacklaufen. Achso. Ah. Ich hab bloß verstanden, einen goldenen Goldpup. Einen Goldpup. Ja. Ja. Mega schlecht, du Urmer. Ja, waren wir beide. So richtig. Der Jahr der Garten war doch wohl nicht so unser Ding, oder? Ja, dann gibt's jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir spielen nochmal eine weitere Runde, um nicht ganz so schlecht aufzuhören, oder wir sehen einfach, dass uns das Spiel nicht liebt. So mega gut liegt, und können hier vielleicht doch lieber auf, wer weiß schon. Ja, wir werden's erleben. Ja. Wir sehen's wahrscheinlich früher als ihr. Ist ja klar, wir nehmen's hier auf. Ähm, ja. Aber für die Folge, wie gesagt, wir haben schlecht gespielt, aber wenn's vielleicht doch ein bisschen unterhaltend für euch war, dürft ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Ähm, schaut bei The Lier auf dem Kanal vorbei, lasst ihr auch gerne ein Abo da, und aktiviert die Glocke. Ja. So, und in dem Sinne auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, egal ob's wieder ein weiteres Golfit ist, oder zu einem anderen Projekt. Also, bis dahin. Ciao. Alles offen. Tschüss. Tschüss.